Endregeln, fährregeln und sogar starten. Das geht mit der BMW Sonderausstattung Komfortzugang mit Digital Key. Mit Android oder Apple Endgeräten für viele BMW Modelle rein. Ganz neu ist jetzt der BMW Digital Key Plus. Hier wird dein Apple iPhone bereits auf eine Entfernung von über drei Meter zielsicher mittels Ultra Wideband Technology erkannt. Und was ist, wenn die Batterie mal leer ist? Die Funktion steht auch fünf Stunden danach noch zur Verfügung. Das Beste daran, du kannst den Digital Key mit anderen teilen. Über die My BMW App können Schlüssel vergeben oder wieder geröscht werden. Details zu den Funktionen bei deinem bevorzugten BMW Partner oder im Internet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.